Hallo, ich bin der Stefan, ich möchte euch mein Zuhönes weitergeben, wie ich zu Jesus gekommen bin. Bei mir war es so, dass ich nach Venezuela gegangen bin und mich dort bekehrt habe zu Jesus. Ich bin dort in eine Gemeinde eingeladen worden und war zuerst sehr skeptisch, habe sehr viel diskutiert mit dem Pastor dort und mit den Leuten und irgendwann war dann der Punkt da, wo ich gemerkt habe, dass Jesus eigentlich real ist, dass die Bibel, was in der Bibel steht, real ist und ich habe mir das Glück gemacht und ich habe mein Herz aufgemacht und Jesus ist in mein Herz gekommen.